hi ho und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und zwergen freunde zur empire ohne lange aufschweife machen wir jetzt mit kapitel 4 akt 3 weiter schnelligkeit oder tod die betrungte zauberer und adligen wurde eliminiert bevor ihr euch zur hauptstadt coolen und ihrer prachtvollen book aufmachen könnt geht es nur noch eine einflussreiche macht auszuschalten okay als spieler keine leitern und los geht's your advisor has been kind of secretive about what to do and what to accomplish at the kbi hq but you were nonetheless prepared to start digging your corridors and building your rules strange as it seems the substandard human that is oscar van fairweather has actually led you this far and soon you will be standing at the gates of castle twilight it wouldn't come as a total surprise if there had been at least one cold day in hell since you departed death slayer it's kind of hard to imagine that this hill we're in once was the royal residence of megamall isn't it the sidrian dogs raised it to the ground decades ago and now it's covered by some farmers turnips parsnips and carrots ah the inevitable march of time inevitable you make it come to a halt just by opening your mouth hey maybe we should let the state of the megamallion high seat inspire our choice of weapons when killing the lords of castle twilight we could squash them to puree under a wagon load of root crops or maybe force feed them carrots till they choke or is it possible to sharpen a parsnip you think well it has been done but it requires a root of considerable size and firmness oh that would be great wouldn't it anyway close by lies the headquarters of kbi with its archives bursting with body hair samples taken from all human and non-human individuals on the continent the bottled stench of all suspected freethinkers including all gnomes down to the newborn toddlers even records of public and private statements made by thousands of citizens just for the hell of it i know the concept where i come from it's called the education system so here's the deal the kbi has its uses we want the organization to be operational in the future so don't kill anyone unless you absolutely have to your primary objective is to aid mr jameson blonde a freelance spy i've hired to infiltrate the kbi archives relieving them of some items and planting other ones in their stead you get me oh i'll get you all right only not just yet great now go get ready and i'll give you further instructions when mr blonde arrives oh it almost slipped my mind do you see that cave containing emergency exits from the headquarters that's your way in but do not enter until mr blonde is ready ja das ist wieder der dungeon mit sehr wenig freiraum okay da graben wir am besten mal hier oben irgendwie lang das klappt so nicht ganz da müssen wir eben hier lang graben so gab es bei sehr langen weg da kommt dann erst einmal eine küche und der hort rein die können wir auch miteinander verbinden sehr schön und bei wir brauchen der teufel so erster dc point diesmal können wir wieder unseren spear freischalten warum nicht den pilzraum noch reparieren fällt mir grad so auf der arbeiter hat angehalten dann aber gucken wir schnell damit ist sich zur küche frei zu graben ja halten die grabwettbewerber am anfang ab so wie es aussieht was du schneller was ich jedenfalls schon bei die küche reingeht haben muss sehr schön machen wir schon bei den ersten spot bereit da sind ein paar level zwei okuli so trainingsraum das gott 1 ist bereit und kann essen gehen ja perfekt den trägsraum kann ich hier einfach gegenüber oder so hinflaschen oder so ähnlich ne doch das dürfte passen die zweite küche kann ich dann irgendwo dran sitzen ihr seht satt aus deswegen geht ihr mal ist das die einzige level 1 sondern da unten ist noch eine die sieht etwas näher aus so ich hoffe mal in der mission haben wir ruhe vor den einfallenden horden eine böse sokobus mit okuli ein naja hier war der toll patrouillierende trolle ton und hier sind die sokobie mit ihren haustierchen genau das warten wir erst einmal bis die erste lieferung mit materialien da ist dass wir gute frage stimmt da können wir nicht so einfach durchdringen wir müssen von da unten aus rein das heißt wir müssten theoretisch hier irgendwo uns durch buddeln oder uns hier so durch buddeln so ihr seid wieder da also geht ihr ein hab essen hoffen die kommt gleich ein imp und bringt die materialien weg so währenddessen geht um 1 auf die matriz mission ich habe vergessen zu warten bis sie voll geheilt sind so als erstes schalte ich jetzt den spezialisten frei dann gucken wir mal wir haben bereits vier punkte ob wir das nächste mal zwei kriegen wenn wir punkte kriegen so gut trainings halle trainings halle könnten wir das deathflayer mr blonde ist ready to move he is taking a first look around and apparently he needs you to lure some guards away so he can go about his business use the teleportation portals and stage diversions keep the guards off mr blonde's back until he is done or he will definitely get caught mr blonde will start moving the second you enter a security station he'll start with the blue station so attack that one first ja super kein grund mich so zu erschrecken ob der da reinpassen wird ist ein versuch wert nö schade dann muss ich ihn halt hier irgendwo hinsetzen setze ich ihn mal hier hin so neue materialien kommen gerade rechtzeitig und es hat sich immer noch kein lieb darum gekümmert sehr schön nein das machen wir etwas anders wir können ja hier trotzdem runter graben so dann kann ich hier eine schatzkammer vorratskammer platzieren genau noch mal drei punkte dann die freischaltung mal so jetzt sind die auf jeden fall mal billiger und ich kann das hier besitzen so wie sieht spot 1 aus und 1 braucht dringend mal heilung jedenfalls deine speer falscher speer falsche seite ja matschepammer ach auf dem super burger zu warten hat sich's doch voll gelohnt aber bevor ich euch weg schicke kann ich euch erst trainieren schicken sehr schön so dann hat mir mal noch mehr materialien dass wir uns weiter ausbauen können so mal überlegen wenn ich hier runter grabe ist es besser wenn ich darüber grabe und dann da runter das ist eine gute frage oder ob ich einfach hier so runter grabe so oh das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut naja im schlimmsten fall kommt halt der trolleyton ich glaube das andere vielzeug das bleibt das bewusst ist mit dem trolleyton werden wir schon irgendwie fertig hoffentlich mal überfallerfolg schön dass ihr wieder da seid jungs so wenn sich dann da jemand durchgegraben hat mir fällt gerade volle kanne auf dass ich noch gar keinen extraktor habe der könnte hier hin oder ich babin da unten hin mach mal den extraktor hier hin da ist er da ist er okay so du ziehst dich zurück ihr schnitzelt zwei oculi und die ersten helden für den extraktor zwei elfen zwei elfen die nicht viel aushalten okay wow habe ich jetzt viele punkte und für den recken sehr schön so ball wieder hier nach oben jetzt holen wir uns mal hier etwas gold so